Okay, alles in Deutsch heute, heute. Das ist ziemlich unterschiedlich von all you have seen before, and I'm starting now. Und nicht mehr sichtbar. Okay, weitergehen. Weitergehen und weitersehen. Vielleicht mal eine neue Position ausprobieren. Aber ich habe immer Angst, dass diese Soulplayer kommen. Denn gegen die habe ich nicht so viele Chancen. Als ein Sniper. Einer links neben mir. Okay, sieht gut aus. Okay, der wurde gerade ausgenockt. Das heißt, wir müssen hier gucken. Zu langsam! Zu langsam! Nein! Come on! Nochmal! Und nochmal! Come on! Yes! Hier Nummer eins! Und nochmal! Zu langsam. Noch vier Schüsse. Ich bin zu weit weg. Ich bin einfach zu weit weg. Ich muss näher ran. Andere Position. Hier lassen wir mal nachladen. Okay, das ging schön schnell. Wunderbar. Oben sichert. Ich gehe nach links. In der Hoffnung, dass mich keiner sieht, wenn ich in den Rücken schieße. Das wäre jetzt schon eine ziemlich blöde Sache, ehrlich gesagt. Okay. Puh. So, wir haben den VIP-Guy. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, hast du die Granate gesehen da? Wie die gerade weggeflogen ist? Das war cool. Dann ein Reload. Lass uns warten, bis er kommt. Muss ja nicht mal gleich so aggressiv reinrennen. Vielleicht doch mit der Sniper. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Keine Chance. Habe ich nicht gesehen. Gute Tarnung. Von weit weg. Vielleicht sehe ich ihn von hier. Da ist er ja schon. Ne, nicht ganz. Nochmal. Ich glaube, er hat einer links geschossen wahrscheinlich. Mal gucken, ob hier einer ist. Aber ich fühle mich schon wieder so... Ah ja, hier. Hier ist er. Zu langsam. Hm. Weg ist er. Was soll ich machen? So. Wer sieht ihn hier schon? Hier links. Der Typ. Oh, oh. Leggy. Das heißt, ich kann nicht bewegen. Warum sehe ich nichts? Er sollte links sein, oder? Ich sehe nichts. Komplett blind. Oh. Keine Ahnung, wo die sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und wie habe ich das Gefühl, ich renne in die komplett falsche Richtung. Vor allen Dingen, da ist der VIP und ich renne genau zum VIP. Und ey, denn eigentlich sollte ja jeder nicht zum VIP rennen. Vom eigenen Team, sondern ihn irgendwie beschützen von Distanzschüssen, bla bla bla. Wo sind die anderen? Wo sind sie? Wo sind sie? Okay, alle sind da oben. Das heißt... Okay, jetzt weiß ich, wo sie sind. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Es wackelt ein bisschen, aber es ist kein Problem. Einer von uns. Oh. Mit der Orsis. Haben wir einen Orsis-Spieler hier. Können wir doch gleich mal erleben. Und ich nehme mal Laden. Ah ja. Okay, das Laden geht also so schnell dann doch nicht. Dum-pa-dum-pa-dum. Lass mal gucken, was hier hinten ist. Alle Spieler sind hinten beim VIP und ich gehe immer ganz woanders hin. Come on! Das war blöd. Das war echt blöd gerade. Nochmal. Eine kleine Wiederholung des Ganzen. Und ich möchte nochmal genau dorthin. Das war's von ihm. CIH! CIH! Ah, ja, da kommt es Nester. Mann, hat es lange gedauert. Das war ja ätzend. Das war ja ätzend gerade. Oh ja, na klar. Da ich so und so, so und so ab lose hier, werde ich jetzt gerade mal versuchen, einen Longshot hinzulegen. Mit der... Wir stürmen das hier gerade. Ganz entspannt. Ich muss hier jetzt schon wieder wechseln hier. Kopf runter. Ja, wenn man diese Longshots mal machen kann, ja. Die man ja braucht offensichtlich. Diese blöde Weapon-Task. Gut. Aber es war kein Longshot. Immer noch kein Longshot. Wenn man schon mal diese Möglichkeit hat, ja, und so viel Power, dann schafft man es nicht, so einen Longshot hinzulegen. Das ist echt ätzend. Okay. Ich muss mal rüber gehen. Aber ich bin immer noch VIP. Was gar nicht so scheint, aber scheinbar so ist. Wo sehen die denn? Die anderen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Puh. Hat er mich gekriegt? Der Sack. Ein bisschen Snipern hier. Hoppa. Ist natürlich schwer zu kriegen hier. Ich kann nur hoffen, dass er da links rauskommt. Ich kann nur hoffen, dass er da links rauskommt. Was er hier nicht macht. Deswegen haben wir diese kleine Handpistole hier. Okay, das war's schon. Guck mal, die sich gegenseitig abschließt. Die geht blöd. So blöd. Okay. Links zeigt mir zwei an. Oder ein besser gesagt. Da ist immer noch so ein Orsis-Typ irgendwo. Ja. Hab ich einen bekommen. Aber... Äh, ein bekommen. Das ist schon englisch. Ich hab einen geschafft, aber nicht alle. Da kann ich nicht hierbleiben. Das ist in der super Position. Ich muss bloß genau die andere Seite treffen. Schade. Sah ganz gut aus. Nur zwei Assists. Der Typ hat einen Quad-Kill gemacht. Come on. Oh man, wenn ich Deutsch rede, bin ich echt schlecht. Oh mein Gott. Ich bin der Schlechteste von allen. Ich bin so peinlich. Also ihr seht, wenn ich auf Deutsch rede, ist es echt furchtbar. In other words, if I'm talking, speaking in German, I really lose my power that I have when I'm speaking in English. In the game. So, well, time for a break. And I think time to play tomorrow. I mean, continue tomorrow. And now, yeah, it's time to say goodbye. And still don't have this long shot. I thought it was a long shot. Well, it wasn't. Nope, wait. Was that? No, not this one. So, I'm on 42%, which is 21 out of 50 long shots. I thought there were some long shots, but we were not. That's sad. Anyways. First German gameplay, and maybe you liked that, maybe it didn't. I have no idea.